Hallo, ich bin Nina und werde euch heute Frank von Stein von Lila Gleberein präsentieren. Auf Wiedersehen, Pappe! Glebere, 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 Glebere. Das Gehirn, das weiß ich ja schon. So, und jetzt geht es weiter. Ich werde das Lila in den Glebere aufreißen. Das ist ganz schön weich. Äh, der ist wirklich ganz schön weich. Äh, fast. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Klankensteinschleim kommt raus. Tüte, tüte. Jetzt mache ich diesen Deckel hier unten auf. Ganz schwer. Äh, danke. Ich werde jetzt den Schleim vorsichtig hier reinpressen. So, sollen wir noch mehr reinquetschen? Äh, 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 äh. Schlauberich und rein. Fetsche rein, rein, rein. Schlauß-lilane, schlauß-lilane Schleim rein. Meine Lieben, jetzt kommt der große Augenblick, worauf alle, wirklich alle gewartet haben. Oh! Frankenstein, das Kopf explodiert. Ich wünsche Ihnen auch noch viel Spaß dabei beim Pupsen. Viel Spaß dabei! Ich wünsche Ihnen auch noch viel Spaß dabei. iß